ich freue mich sehr heute einen wahren experten für nachhaltiges bauen begrüßen zu dürfen er hat einen ganz interessanten vorschlag titel gewählt nämlich wie der grüne funke überspringt qualitätssicherung durch nachhaltiges bauen wie wird nachhaltiges handeln ein massenmedium und macht gleichzeitig spaß so etwas aus einem munde zu hören von jemand der auch regierungen berät verspricht einen spannenden vortrag bitte sehr danke vielmals wunderbar vielen dank für die einladung freue mich heute hier zu sein ich sitze in berlin da ist natürlich besonders spannend wenn solche formate auch in berlin stattfinden und für alle die nicht hier sein können und das online sehen ist natürlich auch eine schöne geschichte ich bin für eine halbe stunde mal ein paar themen mit wo man mal sieht was ist denn nachhaltigkeit wie kann man nachhaltigkeit umsetzen wie ist nachhaltigkeit tatsächlich ein thema was jeden auch betrifft ich hatte erst vor ein paar wochen vortrag in der hochschule gehalten wo es um das thema ging wer von ihnen ist denn später mal im bereich nachhaltigkeit tätig das war eine business schule und es gab zögerlich ein paar hände wo ich dann meine das waren alle die tatsächlich auch manager werden wollen später sagte das wird wahrscheinlich bei ihnen allen der fall sein also nachhaltigkeit hat sich von einem randthema einem nischenthema wirklich entwickelt in eins das also in der gesellschaft zum einen angekommen ist und ich zeige ihnen gerne auch ein paar themen wie das zusammenhängt die folien sind auf englisch dass die kollegen die sich eben digital zuschauen oder einschalten hier auch eine möglichkeit haben das mitzuverfolgen das bild das sie gerade sehen das ist in köln der sogenannte deutscher hafen ganz spannendes projekt was auch eine dgmb platin vor zertifizierung als quartier erhalten hat in diesem sommer daher auch ein ganz relevantes und spannendes thema so wünschen wir uns die stadt die stadt die natürlich eine gewisse historie hat die neue projekte mit reinbringen die innovation aber auch zulässt so ich bin heute in zwei funktionen da zum einen für büro happold und bin da als associate director in dem bereich nachhaltigkeit stadt und klima tätig das geht also wirklich die unterschiedlichsten bereiche in deutschland und drüber hinaus wir haben 23 niederlassungen weltweit deswegen auch unsere projekte auch sehr stark international verbunden und es ist ja auch ein globales thema mit den kollegen und ich bin natürlich froh dass ich da auch ein gutes team habe an experten an ingenieuren beratern und in verschiedenen fachleuten die man für stadt und nachhaltigkeit braucht sitzen wir natürlich in unterschiedlichen büros auch auf der welt verteilt was aber noch spannender ist sind die projekte die wir machen die also auch überall auf der welt sind und auch in bereichen wo wir keine büros haben und das macht es dann spannend wo man sagt man hat themen die man in deutschland arbeitet die man dann aber auch ins ausland mitnehmen kann das sind dann die besonderen transferleistungen auf die wir auch stolz sind ansonsten wir sprechen heute über nachhaltigkeit das bild im hintergrund der ein oder andere kennt es vielleicht ist der highline park in new york was also ein ganz wunderbares stück infrastruktur ist die nicht mehr genutzt wurde zur infrastruktur und jetzt eben städtischer park und sich der große beliebtheit erfreut das ist also den einen hut den ich heute aufhabe vom büro happold den anderen hut den ich mitbringe ist von der deutschen gesellschaft für nachhaltiges bauen die gnb und bin da seit vielen jahren involviert sitzt auch im fachausschuss bin senior auditor unterrichter auch zu dem system und bringen also da auch die perspektive mit rein aus dem bereich nachhaltige immobilienwirtschaft aber eben auch als verein das heißt mit ganz spannenden themen dazu wo wir auch noch mal mit rein gehen vielleicht fangen wir da auch gleich mal an die vielfalt jetzt auch von ihnen jetzt wenn ich mal davon ausgebe die kollegen die sich zuschalten oder die interessierten dass sie da natürlich ganz unterschiedliche beweggründe haben ganz unterschiedlichen hintergrund und was auch spannend ist und da sieht man hier auch bei der dgnb in den mitglieder zahlen wir haben also über 2 1200 mitglieder dabei oben sehen was und das natürlich internationales ist ein großes netzwerk ist eines der größten vielleicht sogar das größte netzwerk für nachhaltiges bauen in europa und bringt natürlich verschiedene themen mit rein zum einen dass man sagt man hat eine plattform erfahrungsaustausch das was wir heute ja hier auch machen und was ja ganz toll in dem programm auch aufgesetzt ist zum anderen aber natürlich eine möglichkeit dass man in gebäude reingeht und in quartiere und sagt wie können wir die der nachhaltigen messbar nachhaltig gestalten was sind die parameter wo sind die stellschrauben das heißt es gibt auch ein system dazu zertifizierungssystem unter die man oder unter denen man dann tatsächlich ja auch die gebäude quartiere der unterschiedlichsten art auch bewerten einstufen kann und auch und das gehört auch ganz stark mit dazu feiern und nach außen tragen als thema wir haben auch noch mit dabei natürlich das thema erfahrungsaustausch das ist ein ganz großer bereich von hochschulen über berufsanfänger bis eben zu beratern und ingenieuren die schon lange in dem thema sind was bedeutet nachhaltigkeit auch aus dem sicht der dgnb ist zum einen ganz groß qualität es geht nicht primär darum eine plakette zu verleihen eine urkunde zu verleihen das natürlich ein schönes zeichen und das wird auch natürlich fotografisch oder filmisch festgehalten wichtig ist aber wirklich die qualitätssicherung dass man sagt haben wir denn da auch mal drüber nachgedacht lohnt sich eine minute länger über ein thema nachzudenken oder sind themen einfach aus der projektarbeit heraus mal unter den tisch gefallen die aber tatsächlich eine große chance haben in der umsetzung das ist also das eine und ganz groß haben was daneben future viability das ist alles mit zukunft natürlich wir bauen heute für die zukunft wir haben bestand in deutschland müssen nicht so grob würde ich mal sagen 97 prozent deutschland sind es bebaut das heißt da ist schon sehr viel da und wir müssen natürlich mit dem bestand zurechtkommen sie werden überrascht sein wenn sie in 50 jahren wieder in nach berlin kommen oder in die stadt in der sie gerade sind wie viel ähnlichkeit sie zwischen der stadt heute und der stadt in 50 jahren haben was die baumasse angeht wie wir sie nutzen wie wir sie betreiben und wie wir uns in der stadt bewegen das werden andere themen sein aber das physisch gebaute wird so uns noch ein ganzes stück auch lang begleiten wir bauen heute schon mit einem aspekt von 50 jahren dass wir sagen wir wollen gebäude haben die mindestens über 50 jahre funktionieren die man mindestens auch 50 jahre lang betreiben kann wir wünschen uns natürlich das gebäude auch sehr lange halten ja und ich hatte in meiner jugend die chance meinem fachwerkhaus zu wohnen in dem also sowohl eine polizeistation restaurant wohnen büro alles mögliche drin war 400 jahre alt das wünschen uns natürlich für alle gebäude die wir heute bauen auch ist natürlich nicht immer so einfach so und da bringen wir ein paar themen mit rein unter anderem dass man natürlich die drei themen der nachhaltigkeit die drei großen wo man sich sehr einig sehr stark darum einigen kann die drei säulen der nachhaltigkeit ökonomie ökologie und soziokulturell ist die ökologie ist an sich das was man so in der breiten gesellschaft auch am ehesten mit nachhaltigem bauen verbindet aber natürlich gehört die ökonomie dazu und das ist ein ganz wichtiger bestandteil weil natürlich nur dann funktioniert wenn die maßnahmen diese vorschlagen in gebäuden quartieren in räumen auch wirtschaftlich relevant sind und umsetzbar sind und was wir natürlich ganz stark dabei haben das soziokulturelle das darf nicht zu kurz kommen da geht es um angebote die diese geben es ist aber auch ein bereich mit dabei dass sie natürlich sagen hier muss es möglichkeiten für den austausch geben es muss möglichkeiten zur bildung nahversorgung und so weiter so wenn wir uns das mal anschauen die dna und jetzt noch mal kurz in dem dgnb system auch noch mal reingeschaut was ist denn die dna was ist denn so das besondere haben wir auf der linken seite des lebenszyklus die lebenszyklus betrachtung life cycle assessment lca oder life cycle costing auch lcc das sind ganz elementare themen da machen wir uns wirklich gedanken für das einzelne projekt wie funktioniert das über 50 jahre wie oft muss gereinigt werden wie oft muss was ausgetauscht werden ist eine klimaanlage die ich heute einbau ist die denn auch in 10 20 jahren noch zu verwenden haben sich da die anforderungen an die kältemittel verändert muss ich die anders betrachten also das ist ganz wichtig dabei zu haben und natürlich eine gesamtheitliche betrachtung diese drei sollen der nachhaltigkeit die wollen wir mit dabei haben und natürlich auch hier in einen guten ausgewogenen maßstab und last but not least performance wir können nur sagen ob was gut ist oder schlecht ist wenn wir werte haben und das kommt aus dem bereich big data das kommt aus den verschiedensten themen die sie im alltag kennen sie haben vielleicht zu hause eine stromabrechnung diese einmal im jahr bekommen dann sagen sie haben ein bisschen was zurückbekommen war gut oder haben wir müssen was dazu bezahlen aber sie haben nicht die möglichkeit ihr handeln danach auszurichten und das ist ein wichtiger punkt je größer die immobilie desto stärker wird das natürlich im fokus sein und genauso auch bei quartieren so und um das auch darzustellen jetzt haben wir bei nachhaltigkeitsthemen wir haben uns gesamt zur größenordnung 400 themen kann man sagen die da drin verortet sind unterschiedliche systemvarianten gibt es unterschiedliche anzahl kriterien aber wir haben so 400 themen wo wir sagen wie sieht es denn zum beispiel mit elektromobilität aus das ist mal ein thema und dann kann man sagen ja was ist aber auch ein thema energie allgemein ist ein thema die lage ist ein thema für wen ist es denn offen komme ich damit einem rollstuhl rein bin ich denn da zukunftsfähig kann ich aus dem büro oder wohngebäude auch in zukunft eine andere nutzung mit reinbringen und um das einmal sich anschauen zu können gibt es die sogenannte dgnb blume und das ist eine ganz spannende grafik weil sie da alles auf einmal drauf haben und in dieser grafik natürlich als bereich mit soziokulturellem ökologischen ökonomischen und dann haben wir das immer auch in deutschland das system kommt ja auch aus deutschland ursprünglicher initiative natürlich aus stuttgart von der universität heraus wo wir sagen technische qualität ist uns ganz wichtig ja auch das thema made in germany kommt natürlich mit rein prozesse das was sie in dem bauprozess planungsprozess tun können sowohl wenn sie da fachlich mit betraut sind aber auch wenn sie nur interesse daran haben und auch der standort ist natürlich wichtig so und diese themen werden beurteilt die werden betrachtet da gibt es hinweise und es gibt da auch nicht nur schwarz oder weiß es gibt also möglichkeiten um mal zu sagen ja es gibt alternativen zur herangehensweise aber es soll schon abgebildet werden und sie sehen die graue fläche dass es sozusagen der fußabdruck und das können sie sehr gut bei jedem projekt auch mit reinnehmen und können sagen das ist jetzt ein platin projekt bei 83 prozent dass man sagt ja da sind nicht mehr so viele graue flächen mitteln aber sie können sagen wo können wir uns verbessern und auch wenn sie schon ganz weit vorne sind wenn ein ganz tolles quartier oder gebäude haben auch da gibt es möglichkeiten sich noch weiter zu verbessern und was natürlich auch noch spannend ist und auch die letzten jahre dazu kommt so ein system wird ständig aktualisiert ja das kennen sie natürlich auch von ihren sind wir ja hier bei der ifa ja von ihren geräten die ein update sich aufspielen und das ist natürlich ein ganz großes thema auch in der zertifizierung waren natürlich bereiche die wir gestern noch als innovation gesehen haben heute keine mehr sind und die muss man natürlich anpassen und da gibt es ständige aktualisierung im schnitt alle zwei drei jahre von daher haben sie da immer eine sehr schöne möglichkeit auch die aktuellen tendenzen mit aufzunehmen aber auch zu sehen wie sind denn themen die wir noch als innovation haben mittlerweile in der breite angekommen dazu natürlich auch noch der mensch ist im fokus das ist an sich das wichtigste sollte bei jedem thema in dem zum nachhaltigkeit geht sollte das dabei sein der mensch ist im fokus natürlich ist die umwelt die natur ganz wichtiger aspekt aber beim bauen gerade beim bauen muss der mensch wieder auch noch ein stück mehr in den fokus gerutscht werden gerutscht werden um zu sagen welche anforderungen brauchen wir denn was hat denn mensch für bedürfnisse im wohnen oder eben in der stadt und da ist zum glück auch jeder anders das heißt das ist ein sehr komplexes feld und das versuchen wir hier auch mit abzubilden ansonsten haben wir noch circular economy kreislaufwirtschaft wir haben an sich nicht mehr den begriff des abfalls sondern wir sprechen über wertstoffe und es ist nun mal so dass alles was wir aus der natur nehmen von bodenschätzen heraus sind all das ist natürlich nicht unendlich verfügbar und um das auch darzustellen schauen wir uns natürlich schon an sind nachwachsende materialien nachwachsende rohstoffe mit dabei wie kann ich denn das was heute eingebaut wird in 50 100 oder 200 jahren auch wiederverwenden ist ein ganz spannendes thema wir haben dazu auch noch mal die entwurfsqualität die gestalterische qualität und baukultur baukultur ist natürlich auch ganz wichtig weil man natürlich sagt okay das ist ein gebäude das steht in berlin oder das im gebäude steht in düsseldorf oder in havanna oder in münchen oder in mailern das soll schon absehbar sein und soll auch erkennbar sein das ist natürlich in der architektur immer nicht ganz so einfach aber schon im fokus schon dabei sein die baukultur zu stärken und wirklich auch was bedeutendes dazu zu bringen und was natürlich ein ganz großes thema ist ich denke heute in dem rahmen von heute und morgen wird es noch öfter auftauchen die un klimaschutz ziele die stg's die sustainable development goals die haben wir hier auch mit dabei es gibt 17 un klimaschutz ziele 13 davon werden direkt in dem dgnb system auch adressiert das sind eben die 13 die fürs bauen relevant sind vor allem das kriterium 11 nachhaltige städte und gemeinden was ganz stark mit dabei ist so was haben wir noch mit dabei natürlich eu-konformity und innovation beide wichtig einmal dass wir natürlich sagen wir haben anforderungen was in jahr in zero energy buildings geht also in nahezu null energiegebäude bis eben auch rein was sind fördergelder was bekommt man jetzt auch an möglichkeiten noch aus der eu und ganz wichtig innovation und da spielen sie an sich alle eine rolle mit dabei weil innovation kam aus dem planungsteam kommen kann von außen kommen kann von oben und von unten kommen das schöne bei der innovation innovation kennt ja keine unterschiede und das kann man hier sehr schön auch mit reinbringen ansonsten jetzt mal noch mal in die praxis gesehen was mich so täglich beschäftigt das jetzt was wir als büro happold an projekten gemacht haben links das luft in abu dhabi im kunstmuseum was wunderbar ist in abu dhabi das also eines der spannendsten projekte dies also die letzten jahre gabemuseumsbereich und auf der rechten seite ein konzept für elektromobilität in berlin also da gehen auch die bandbreiten sehr stark auseinander aber auch in beiden dieser projekte war nachhaltigkeit ein großes thema und jetzt ist die sache natürlich wie sind wir klassisch ausgebildet in deutschland und ich unterrichte nebenherren hochschulen deswegen sehe ich da immer diese ausbildung im silo der architekt ist als architekt ausgebildet der haustechniker als haustechniker und sehr selten kommt das wirklich zusammen und noch stärker wenn wir zwischen unterschiedlichen maßstäben agieren und das ist an sich dass wenn ich einmal den raum habe was uns jetzt gerade in den zeiten die wir die letzten monate durchgemacht haben besonders betrifft wie gut ist unser raum auf das ausgelegt was wir jetzt brauchen und wie ist das gebäude auch ausgelegt was können wir machen wie funktioniert die stadt und diese schnittstellen zwischen raum und gebäude aber eben auch gebäude und stadt das sind die spannenden schnittstellen wo innovation da sind und da kann man tatsächlich viel mit reinbringen und wenn man sich projekte anschaut dann ist bei den meisten tatsächlich hier auch was möglich ansonsten geht es um den maßstab und das ist ein thema ein englisches büro ursprünglich dass aus einer aus einer werbung aus england von der marine wo man natürlich sagt ja wenn man auto reparieren kann kann man dann auch ein schiff reparieren und genau diese fragestellung sollten wir uns dann natürlich auch mit nehmen und mit selber geben dass wir natürlich häufig davon erschrocken sind nachhaltigkeit wir brauchen den ansatz der sehr groß ist der sehr großen rahmen mit hat muss aber nicht unbedingt sein wenn wir es im kleinen lösen können ist vielleicht auch eine möglichkeit eine dieser innovationen zu heben das auch im großen zu machen und mein appell dass sie ja eben tatsächlich keine angst vor dem maßstab haben das trifft in der planung zu aber natürlich auch in dem was man in der nachhaltigkeit generell macht ein paar themen die uns bewegen jetzt in berlin mal direkt wieder nach berlin zurück was sind die themen die wir gerade sehr stark mit dabei haben natürlich den bedarf an wohnraum und es geht nicht nur darum dass wir sagen es fehlen wohnungen es fehlen die richtigen wohnungen wir haben es in den letzten monaten gesehen wohnungen mit balkonen terrassen dass man noch mal nach außen kann das sind besondere themen die da auch dabei sind und natürlich alles was mit mobilität zu tun hat das geht von neuen mobilitätsmitteln wenn sie sich das anschauen was es ja auch an möglichkeiten der letzten jahre gab bis hin eben zu dem was wir wie wir uns bewegen wie wir öpnv nutzen wie man da auch mit dabei ist hin zu das große thema energiewandel das große exportprodukt deutschlands und ich hoffe auch dass jeder der auf der ifa ist natürlich auch das thema energie ganz groß mit auf der liste hat und sagt das ist der bereich der uns dann natürlich in den nächsten jahren den gewissen vorsprung hoffentlich auch gibt und immer noch dieses made in germany rechtfertigt aber eben in einem anderen kontext und ganz groß auch mit dabei digitalisierung wir haben kaum einen bereich der nicht digitalisiert ist da muss man aufpassen es geht nicht nur darum dass man sagt man möchte die digitalisierung nutzen und man muss es bis zum letzten quäntchen ausschöpfen sondern dass man sagt man nutzt es sinnvoll und wenn ich in monitoring reingehe wenn ich eine möglichkeit habe quellen aufzunehmen dann ist das eine sehr sinnvolle nutzung und das letzte was wir dabei haben klimawandel wir wissen der klimawandel ist da wir wissen der klimawandel kommt wir können eventuell noch eine begrenzung unternehmen und da sollte man auch alle dran arbeiten aber das ist ein thema das müssen wir uns auch jedes mal vor augen führen in jedem projekt so und wenn man jetzt mal reinschaut das braucht an sich das zusammen auch das sind keine einzelnen silos das muss gesamtheitlich betrachtet werden und ist möglich das ist ein thema was wir als bürohabhold auch machen und eben weit nach vorne bringen was bewegt uns drei sollen der nachhaltigkeit haben wir ganz stark mit drin die sollten in jedem thema drin sein unser geschäftsführer in england sagte naja als er gefragt wurde wie viele nachhaltigkeitsberater gibt es denn im unternehmen sagte er ja an sich ist jeder nachhaltigkeitsberater weil in grad in dem ingenieur umfeld auch tatsächlich jeder was dazu beibringt und beisteuert ob das dann als titel irgendwo vermerkt ist oder nicht das sind diese subtilen nachhaltigkeitsberater und da brauchen wir noch mehr und da ist auch jeder mit dabei natürlich wissen wir ja das sind themen wo man sagt ja wir sind auch ein gutes stück vorangekommen paris agreement zwei grad celsius alles was mehr als zwei grad celsius ist bringt natürlich eine unheimliche verstärkung und das ist tatsächlich nicht linear das ist potenzial ist da schon noch ein ganz anderes von daher müssen wir uns darauf konzentrieren und das reinnehmen und wenn man sich da mal anschaut so ein paar themen wie tragen denn gebäude dazu bei dann ist es tatsächlich so dass man sagt ja gut das ist ein aspekt sondern wir haben mehr als 30 prozent der co2 emissionen und viele andere schadstoffe das vergisst man immer es geht nicht nur um co2 aber die kommen aus dem bauen heraus wir haben in eine baumasse die in deutschland verbaut wird ein budget was im bauen drin ist was über dem steht der bundesregierung das heißt wenn sie alles der öffentlichen dienste und des bundes mit zusammennehmen ist es nicht so viel geld wie eben im bauen umgesetzt wird im jahr und wir haben natürlich globale ressourcen und das ist global das ist nicht mehr so dass die ressourcen nur aus dem heimatland kommen die sind international und auch da nehmen wir 30 prozent tatsächlich ins bauen mit rein das ist nicht alles in deutschland das ist natürlich auch klar es gibt wirtschaften die einfach stärker wachsen noch oder wo eben einfach der bedarf an baulichem umfeld noch größer ist als wir es in deutschland haben aber dann ganz stark 40 prozent des globalen energiebedarfs ist mit in den gebäuden mit drin und ein guter freund sagt natürlich auch immer ja so ein thema mit energie energie wird uns nicht fehlen das ist nicht das problem die rohstoffe sind das problem also da müssen wir wirklich mal eins hier reingehen das ist das große thema was wir drin haben und wenn wir in die nachhaltigkeit reingehen wollen dann haben wir natürlich das thema dass wir mit performance mit messen und mit guter auslegung von technik tatsächlich eine einsparung von bis zu 66 prozent hinkriegen also nicht nur die hälfte sondern mehr und das ist natürlich sehr viel wert wenn man das schaffen und was wir ja auch noch haben leider ein bisschen hell die produktivität steigert auch sich das ist in den nachhaltigen gebäuden es geht nicht um die plakette oder eine urkunde dazu sondern dass man einfach sagt ich arbeite da gerne mir geht es da gut ich habe einen auftraggeber aus den usa der hat tatsächlich von seinen mitarbeitern hat er einige die gebäude foto direkt bei sich auf dem kamin sind zu hause stehen haben weil sie sagen ich bin da gerne mir geht es da gut und das nimmt man dann auch nach hause mit so großes anderes thema um da mal noch kurz mit rein zu gehen co2 emissionen und da ist immer die große frage jetzt im englischen embedded carbon operational carbon also was ist in dem gebäude drin was stecke ich in die stadt in die infrastruktur erst mal rein um die zu bauen was wie viel co2 emissionen ist in einem stück straße in einem kilometer oder wie viel ist in einem in einem gebäude mit drin da muss man immer schauen aber eben nicht nur wie viel da drin steckt das haben wir die letzten jahre auch gut gemacht sondern wie sieht das im betrieb aus wo haben wir möglichkeiten und im idealfall und da sehen sie schon die verbesserung das sind dgnb projekte über die letzten jahre wo der anteil dieser embedded energie an sich größer wird das nicht dass die gebäude schlechter werden sondern es wird der anteil der prozentuale anteil am betrieb geringer das heißt wir gehen viel stärker mit darauf ein was brauchen wir im betrieb wie kriegen wir sind im idealfall wird es auch mal eine gewisse balance geben zwischen der energie die ich beim bauen braucht da sprechen wir mal drei bis fünf jahre bei einem gebäude zu der im betrieb über 50 jahre und das macht natürlich sinn dass wir da eine balance hinkriegen weil es keinen sinn macht dass wir ein gebäude machen wo wir sagen das kostet im herstellen sehr wenig aber dann im betrieb ja das haben wir in anderen wirtschaftszweigen gesehen dass das eben nicht nachhaltig ist und das wollen wir hier auch lassen so und jetzt mal noch die großen themen was sind noch die ziele davon gebäude die dafür bekannt sind einfach was haben wir hier mit den die gut sind und quartiere in denen es spaß macht zu leben und das ein projekt hier aus berlin das hauptquartier oder der firmensitz von vattenfall gerade in der auf der baustelle und wunderbares projekt was also hier auch ganz innovativ entwickelt wird und wo wir froh sind dass wir als bürger dabei sind aber auch das hat ein vorzertifikat in die gnb platin schon weiß dann natürlich sie kennen das das ist das atrium da haben sie schon einiges an qualitäten wo man sagt ja das passt zur nachhaltigkeit sehr gut dazu was sind diese qualitäten wenn man mal drauf schaut ich habe natürlich eine möglichkeit visuell das zu erleben ich habe überraschungen die natürlich auf mich dort warten und ich habe aber auch die materialien die verwendet werden habe ich geprüft das an sich wie in auf dem lebensmittel jedes lebensmittel das wir konsumieren wissen sie ganz genau was da drin ist von emulgatoren und sonstigen themen wo sich der normalverbraucher nicht unbedingt mit beschäftigt aber es ist darauf verzeichnet und das wollen wir in den gebäuden und quartieren auch dass man genau weiß was ist drin und die themen die schädlich sind dass man die von vornherein auch schon mal ausklammern und da gibt es verschiedene andere themen wo man sagt wir wollen also keine schädlichen organischen verbindungen haben und wir wollen eben bereiche haben die einfach spaß machen so und wie kriegen wir das wir müssen einfach bessere gebäude herstellen und das ist ein großes thema das ist nicht nur im bauen allgemein mit dabei dass mit der hochschule natürlich mit reinkommen und wir müssen das gesamtheitlich sehen und von dem wettbewerb sagen wir mal so da ist zehn jahre jetzt schon her der wettbewerb haben wir wirklich auch mal gesagt wie sieht es denn aus wenn man energie und wasser zusammen denkt was passiert denn da und diese kreisläufe das mal darzustellen was ergibt sich was hängt zusammen und wo gibt es abhängigkeiten auch das ist eine ganz wichtige sache und wenn sie das an dem projekt machen können ob das ein gebäude ist ob das ein technisches produkt ist oder ein quartier haben sie schon mal einen recht guten schritt nach vorne getan und das zweite was mir dabei ist ein reales projekt wenn sie das anschauen da ist es so dass wir natürlich sagen okay die gebäude die wir bauen kann man auch vernünftig wieder auseinandernehmen nach der nutzung die kann man wiederverwenden und wie sie hier sehen das ist sortenrein trennbar sie können auch einzelne komponenten weiterverwenden und an sich da und jetzt gehe ich wieder zurück auf das fachwerkhaus wie was an sich bei fachwerkhäusern haben da können sie wenn da kein befall ist natürlich auch träger und stützen in anderen gebäuden wiederverwenden also das ist ganz wichtig wir wollen nicht mehr kleben wir wollen nichts mehr ja wie man es an sich die letzten 20 30 jahre häufig gemacht hat alles schön kompakt mit reinbringen sondern wir planen von vornherein darauf hinaus dass wir das auch wieder auseinandernehmen und wenn wir uns anschauen warum ist es wichtig ganz klar 90 prozent unserer zeit sind wir im innenraum das ist keinem so richtig bewusst weil man sagt ach ja ich bin ja hier unterwegs und da aber selbst die zeit diese in der u-bahn sind diese im pkw sind die sie in der schlange irgendwo stehen auch das ist alles im innenraum und daher kommen sie da locker mal auf 90 prozent und wenn wir jetzt wieder in herbst winter reingehen dann werden sie das auch wieder merken im sommer ist es nicht ganz so offensichtlich aber das ist ein thema und die frage ist wie bilden wir auch dafür aus ist das überhaupt uns allen bewusst und welche anforderungen an den raum haben wir nicht nur aus gesundheitlichen themen die jetzt ja auch denke ich mal reichlich auch bekannt sind und gelebt werden sondern was haben wir noch mit dabei wo man tatsächlich gesagt das sind erfahrungen die mit aufgenommen werden und grundlage ist es und das hatte ich in meinem studium in usa gehabt dass man sagt okay man geht erst mal zelten und der vorteil ist wenn sie mal zelten gehen für alle die dabei sind und noch nicht beim zelten waren das kann ich ihnen nur von herzen empfehlen machen sie es jetzt noch bevor es wirklich herbst wird aber das können sie mal tun und dann einfach mal schauen was brauchen sie wenn sie mal eine nacht oder zwei nächte eben unterwegs sind und eben kein gebäude haben wie sie sonst so kennen mal aus dem heimischen schoß herausgehen in die natur und mal merken was passiert meine frau geht mit mir nicht mehr gern selten was meistens regnet wenn ich unterwegs bin ich hoffe bei ihnen ist ein bisschen anders aber das ist auch ein bereich das müssen sie machen damit sie wissen was ist eine grundvoraussetzung was braucht man denn da überhaupt und natürlich und da jetzt nur mal eine grafik gibt es viele was sind denn so durchlaufpunkte was passiert denn und das schöne ist dass wir natürlich über die letzten jahre auch ein gutes bild davon bekommen was passiert denn in der zukunft das ist nicht das bild das uns gefällt aber wir können schon sehen ab wann ist denn wo ein punkt erreicht wo wir sagen von da aus müssen wir uns ändern und da gibt es verschiedene darstellungen wo sie müssen für sich selber in ihrem bereich in dem sie unterwegs sind schauen wo sind denn diese durchlaufpunkte diese tipping points nachdem es dann auch meistens nicht anders mehr funktioniert und sich da wirklich ein paradigmenwechsel einstellt ansonsten was wir auch gerade machen beratung für ein großes portfolio wo es darum geht wie kommt man denn in den bereich co2 neutral und co2 neutralität ist ein großes thema das wird in zukunft auch noch häufiger kommen es kann sein dass das auch irgendwann mal in eine versteuerung mit reingeht aber auch da wo man erst mal sagt was haben wir denn wir gehen erst mal mit rein dass wir sagen wir machen energieeffiziente anlagen beziehungsweise leuchten leuchtmittel das haben wir zum glück in deutschland schon recht gut im griff mittlerweile zumindest so mein gefühl dann schaut man was kann ich denn an erneuerbaren energien bei mir zu hause machen was kann ich denn dazu kaufen was gibt es für möglichkeiten gibt es dann noch themen wo ich sage ich möchte aber das mit reinem unterstützte programme und projekte die eben nicht bei mir vor der haustür sind also auch da kann man was machen wichtig und das ist für jedes projekt ein bekannter von mir hatte das mal vor ein paar jahren erstellt wo man sagt die emotionale reise für alles was wirklich lohnt und das können sie sehen das ist im privaten umfeld als auch im beruflichen dann am anfang sagen super geschichte das machen wir nachhaltigkeit das thema da wollen wir was dran tun ist unser thema für unsere stadt für unser gebäude unser produkt und dann irgendwann sagen sie wenn sie sich mal anschauen ja da ist schon einiges zu tun da gibt es viel silo denken es gibt aber auch viele themen die einfach noch nicht so in der gesellschaft angekommen sind wo sie ran müssen und dann und das ist mal die brücke die wir als und da spreche ich jetzt mal mit beiden hüten dgmb und bureau happold versuchen auch zu schlagen wo man sagt ja ihr braucht themen da sind bereiche dabei die wichtig sind aber die kann man auch überwinden und diese brücke spannen wer von ihnen als statiker dabei ist wird erkennen dass die brücke nicht funktioniert statisch aber das ist mal ein anderes thema müsste man noch mal aktualisieren aber wichtig was sie hoffentlich erkennen die schwarze fläche der schwarze oder der tiefe sumpf der verzweiflung der tags werden oft das pair da wollen sie nicht reinkommen und das ist ein thema auch in der nachhaltigkeit wenn sie da einmal drin sind sagt ach das funktioniert ja für mich nicht oder da habe ich schwierigkeiten das können sie umgehen da kommen sie auch gut hin und natürlich und das jetzt noch mal um die letzten themen da noch mal mit reinzunehmen weil es ist natürlich ein bereich wo man lange drüber sprechen kann wo haben sie beeinflussen wo können sie was beeinflussen wenn man jetzt sagt sie haben jetzt vor sich ein neues haus zu bauen oder für sich selbst zu bauen jetzt hoffen mal dass das vielleicht eher eine sanierung ist von dem alten fachwerk haus und sagen ach das will ich machen dann ist natürlich gerade am anfang von so einer planung und von so einer idee unheimlich viel einfluss möglich wo sie sagen die ideen flüge nur angesprochen können tatsächlich auch wirtschaftlich umsetzbar sein aber irgendwann mal fällt das ab wenn sie also in der vorplanung mit drin sind und dann geht es an sich nicht mehr dass es sagen sie kommen in die nachhaltigkeit mit rein dann funktioniert es nur mit einem höheren finanziellen aufwand und das wollen sie an sich vermeiden das ist an sich wenn man jetzt von gehe ich mal nicht mehr aus aber wenn sie jetzt ein privates fahrzeug zu hause haben und kaufen sich dann noch ein spoiler und rallye streifen das ist dann an sich sowas was sie hier haben was also keine signifikante verbesserung bringt aber tatsächlich kosten und wichtig in dem kontext und das ist ein projekt was wir mal in litauen gemacht haben dass sie auch wissen wo sind denn die kosten mit drin ab wann wird es denn teuer oder wann wird es denn günstig und das ist einfach die größe des systems ist natürlich immer wichtig was haben sie wenn sie natürlich ein produkt brauchen und es muss speziell für sie angefertigt werden ja dann ist es natürlich denkbar teurer als wenn man sagt ja das sind viele die das brauchen oder sie brauchen sie in ihrem projekt öfter also da muss man schauen wo sind diese stufen und das ging um eine stromversorgung einer kleinstadt dass man schaut wo sind diese stufen wo sie sagen ab da wird es dann teuer oder dann habe ich aber auch eine gewisse ruhe und von den kosten wird sie her so jetzt auch noch mal dgnb mal global gesehen für die kollegen die jetzt auch global dabei sind wo man natürlich noch mal schauen kann haben wir in indien industrieviertel angeschaut special economic zones die ganzen dreiecke da drauf sind kleine sonderwirtschaftszonen umgesehen wie kann man hier so ein dgnb system auch in solche projekte reinbringen und sie sehen sie haben das hatten wir vorhin schon mal die dgnb blume hier auf projekten mit dem jeweiligen fußabdruck von einzelnen projekten wo man sagt die sind alle anders die sind alle spezifisch und jedes sie haben da eine gewisse dna auch von einem quartier einem gebäude und das können sie natürlich nutzen um zu sagen ich habe hier drei vier grundstücke wo soll ich denn entwickeln wo ist denn schon die höchste nachhaltigkeit da entweder das ist sie fördern die spitze und da eben auch fordern und fördern oder sie sagen sie wollen eben fordern und sagen die schlechtesten quartiere da müssen wir was tun damit die erstmal noch er sich weiter erheben ja dazu haben wir ein spiel entwickelt das kommt dieses jahr auch noch mal ja in die in den markt hinein das wird es als download geben bei uns auf der homepage für pure haphold auch bei der dgnb auf der homepage wahrscheinlich wo sie sich das anschauen können und da haben wir 600 aspekte mit dabei was braucht man für nachhaltiges gebäude oder quartier alles auf englisch mit synergien teilweise den kosten dazu und wir spielen das sehr gerne in projekten und da geht es um eine sensibilisierung ein teaching tool wo eben die verschiedensten bereiche mit drauf sind und sehr weit durchgearbeitet von unseren jungen kollegen auch aus dem büro und über lange zeit eben auch mit entwicklung zusammen dgnb pure haphold und der giz für internationale projekte und mal ein paar beispiele jetzt auch im kontext zu iva um hier nochmal den bogen wieder zurück zu spannen wie kriegen wir das denn hin auch mit technologie zusammen zu kommen nachhaltigkeit dass man sagt ja was sind die die themen die wir haben und das sind ein paar innovationen open source information das ist das thema was wir heute ja auch haben information soll zugänglich gemacht werden und das ist ein großes thema das geht natürlich in die bildung rein in die verschiedensten bereiche aber eben auch cloud systeme remote services sie wollen die möglichkeit haben sich auch auszutauschen das muss nicht immer physisch sein das merkt jeder auch die letzten monate inwieweit man sowas ändern kann und auch datensicherheit was ist da dabei das ist ein thema in deutschland muss man sagen es ist auch gerechtfertigt dass es in deutschland ist es macht natürlich dann das monitoring bei manchen projekten nicht so ganz einfach nichtsdestotrotz ein ganz wichtiges thema was man dabei hat aber auch sachen rapid prototyping einfach zu sagen sie haben eine tolle idee und sie fühlen ja da ist eine innovation da wir haben die technischen möglichkeiten auch klein serien mal zu machen wenn man jetzt mal in die in die industrie reinschaut oder auch von der produktion wo man sagt ja auch das sind themen was kann in der stadt wieder produziert werden und da haben wir eine ganze menge auch an schritten gemacht dass da in deutschland einiges möglich ist aber natürlich auch creative value add und das ist so einer der wichtigen themen sie müssen ihre innovationen ihre kreativität mit reinbringen und wenn sie das tun auch den verschiedensten projekten haben sie schon mal eine gute grundlage für nachhaltigkeit und so da haben wir noch mal cloud-based systeme das ist auch klar big data hatten wir schon uns jetzt kommt mein lieblingsthema der customer for life und das ist an sich bei uns allen auch für die technologie natürlich wenn sie einmal ein gerät gekauft haben wo sie sagen ja sie können sich mit der marke mit den werten identifizieren dann kaufen sie es auch ein zweites und drittes mal und diese überzeugungstäter suchen wir in der nachhaltigkeit natürlich auch wenn jemand schon mal in einem nachhaltigen gebäude war und die vorteile erkannt hat dass er sagt das nächste mal wenn ich umziehe wenn ich mit meinem büro neue neue mietfläche oder bereich suche den ich kaufe dass man es mit einem reinbringen also das ist wichtig versuchen sie der customer for life zu werden in der nachhaltigkeit und das letzte was ich noch mit drin habe das ist mein anderes lieblings kriterium oder spielkarte der honest broker sie müssen ehrlich sein in dem thema und je größer projekte werden desto weniger leute haben sie dabei die wirklich ehrlich sind weil natürlich auch auf den vorteil geschaut wird das müssen sie überkommen und müssen sagen ja dann macht man ein Thema vielleicht nicht oder man nimmt sich da raus oder man muss auch mal ungewöhnliche oder unangenehme fragen stellen das ist wichtig und da muss man sich einfach ehrlich und treu bleiben das ist ein Thema unser büro in warschau da haben wir sehr viel nach gesundheitsaspekten ausgebaut und ja das wäre es jetzt dazu e mail adresse ist mit dabei auch zu thema dgnb schicken sie mir durchaus eine e mail ich leite das dann gerne weiter sind sehr viele kollegen in stuttgart bei der dgnb experten auch aus dem bereich machen sie sich da die mühe schauen sie mal auf die homepage sie finden das auf deutsch englisch sie finden es aber auch in anderen sprachen also da gibt es eine ganze menge tolle themen zusammenfassend nachhaltigkeit ist im bauen möglich ist im bauen auch wichtig und muss auch wirklich umgesetzt werden ansonsten haben wir da keine chance einige der ziele die wir uns gesetzt haben die teilweise ambitioniert teilweise auch gar nicht so ambitioniert sind überhaupt zu erreichen ja also überraschen sie uns alle oder wir sollten uns alle positiv damit überraschen dass wir sagen jeder tut ein bisschen was und dann haben wir die möglichkeit nachhaltigkeit im bauen im planen aber auch in allen anderen themen die sie dabei haben mit zu verankern sehen sie es als ein gutes wort ist eine frage so ein wort greift sich auch ab aber nachhaltigkeit ressourceneffizienz klima das sind alles themen damit müssen wir uns beschäftigen machen sie es heute und machen sie es richtig und dann sind sie da gut dabei